Ist der Hof erst ruiniert, kauft es sich ganz ungeniert. Komm mit, Jules. Wow, 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 nee, 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 nicht mit uns. Was wollt ihr denn, haben sie wieder? 60 Millionen, 70 Millionen? Ja, 70 Millionen wären top, aber... Gut, bitte, hier das Geld. Aber zuerst, Tanz für mich. Nee, ich will, dass er zu Chelsea geht. Das will ich aber nicht. Du hast ihn gehört, Sevilla, also, Tanz für mich. Ich tanz ganz sicher nicht für dich. Gut, dann 65 Millionen. Was? Wieso auf einmal? 60 Millionen, mir ist es egal. Wird halt immer weniger. Okay, okay, ich tanz ja schon. Na, also, bitte, geht doch. Was ein schöner Transfer. Wer? Ja. Wer?